Du bist dein Mittelmann hier! Ist das mir? Du musst zwischen uns kommunizieren! Warum machen wir rum? Nein. So, da fahren wir doch alle mal rein. Hallöchen, willkommen zu einem neuen Youtube-Video. Wir kaufen heute einen Apfelkuchen. Aber will Apfelkuchen alleine facken? Wir machen heute Apfelkuchen. Und um uns das unnötig kompliziert zu machen, darf einfach nicht reden. Man hat das Rezept, ich seh nichts. Und Eduard hört extrem lauter Musik mit Neuss-Counting-Kopfhörern. Warum wippe ich eigentlich jetzt schon? Okay. Kann ich bitte Jonas Rüttkes TikToks die ganze Zeit laufen? Ja? Ich hab mich gefragt, ist Backen eigentlich peinlich. Der beste vegane Apfelkuchen. Schneller und lecker. Du musst uns das in die Hand geben dann, ja? Du bist gerne Apfel, Mann, ja! Du bist echt? Du musst zwischen uns kommunizieren! Mhm. Apfelwürfel. Okay, dann müssen wir erst mal schneiden. Schneiden. Du schneidest das ganz bestimmt. Aber irgendwas muss ich auch machen. Ich schneide. Aber ich will auch was machen. Okay, Mehl. Zucker? Digga, das wird nichts. Warum backen wir? Ich hasse Backen. Ist das Mehl? Eine Springform. Theo, wir haben keine Springform. Wir brauchen eine Springform für dich. Achso. Das war gerade kurz ein Rutsch in dem Song. Okay, dann ich mach mal Mehl rein. Hast du einen Messbecher? Alpay, sag mal in hunderter Schritten wie viel Gramm, okay? Eins ist 100, okay? 300? Okay. Also in der hier sind 500, oder? Ein Kilo. Einen Kilo, ein Kilo einmal tippen. Mhm. Okay, ich mach das mal ungefähr. Mhm. Ich würd sagen, so hundert. Mhm. Was mach ich jetzt für Würfelchen? Bro, Bugs dauert voll lange. Das ist so ne Scheiß-Video in Etio. Spaß. Das ist so ne wichtiger Banger. Edoat. 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 Was? Oh mein Gott. Hast du mit dem Messer angekommen? Du bist was gegen das Messer gegangen. Warum machst du das Messer an mein Gesicht? Lies mal, was ich machen soll. Was brauchst du? Lies mal, was ich machen soll. Das soll doch Alpay sagen. Warum Alpay? Du machst gar nichts. Hm. 200? Hm. Hm. 100? Hm. 200? Hm. 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 Okay. Meinst du, das macht Sinn im Schnitt, Broby? Milch, ne? Hm. Hm. Ah ja. Okay. Teelöffel oder so. Hm. 2 Gramm? 2 Mal Schüsse? Hm. 2 Dinger. Hm. Ein ganzes. Hm. Okay. Da musst du nämlich sonst immer richtig vorsichtig mit sein. Jonas? Ja? Machst du noch Spaß? Ich möchte dein Geschmackstester am Ende sein, ja? Okay. Noch eins? Wahrscheinlich was anderes. Das wird glaube ich ganz gut eigentlich. Brudelwasser wahrscheinlich? Brudelwasser. Salz. Brudel. Sus. Hier ist Salz. Eine Ewigkeit später. Noch mehr? Hm. Super. Hm. This is the sound of space. Oh Gott, das ist das. Hm. Okay. Du sagst einfach Stopp. Hm. Hm. Okay. Ich mag Zimt gerne. Ich mag Zimt echt gerne. Okay, Sprudelwasser wahrscheinlich, ne? Jetzt sagen wir mal. Warum redet Eduard eigentlich nicht? Warum du nicht redest? Feuchte Zutaten. Ich bitte auf Feuch. Ganze? Halbe? Viertel? Okay, hunderter Schritte. 150. Spudelwasser eigentlich. Werte. 100? 100 einfach. Was? Rühren oder ne? Rapsöl. Neutrales Öl oder Rapsöl. Ölspray. Das Kalorien haben. Ölspray. Ist super. Das riecht nicht gut. Was? Das riecht nicht gut. Nein, ne, das aber mit Buttergeschmack halt. Mach einfach. Noch mehr? Das ist wirklich gut. Ich mach noch schnell. Trust. Trust in the process. Regant? Ja, so viel. Ja. Okay. Scheiß drauf. Boah, das stinken so eklig, Digga. Das ist schlimm. Sex, ein halb Stunden später. Hm? Boah, das ist schon echt. Da brauchen wir eigentlich mehr. Wirklich? Nein, das ist ein Witz. Ich bringe mir noch einen Schluck irgendwas. Bitte mein Wodka eh, bitte. Äh, normales Energydrink. Oh. Sag, ich springe vor. Okay, kann das jemand nehmen? Boah. Das ist... Ich packe das hier mal rein. Hm? Was machst du? Backofen an. Eine Aufgabe? Ne, den Backofen an. Hm. Aufwärmen? Hm. Musste ich auch? Hm. Ich hab den schon aufgedreht. Ah. Alles gut? Hm. Okay, geil. Mach doch einen Backofen. Hm. Mach's doch einen Backofen. Aber hast du denn Musik, Digga? Das war die Asi-Musik. Asozial ein bisschen. Asozial Musik. Jonas? Hm. Meinst du, sowas mit so, gib dem Video ein Like, macht man nicht mehr, ne? Ne, das ist vorbei. Vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Komm, lass mich ein bisschen dürfen. Ja. Nein. Ganz wichtig auch, dass es Würfel sind. Darauf habe ich besonders gehat. Mach richtig viele. Lass drauf, ne? Richtig alles drauf. Wie viele Äpfel hast du denn geschnitten? Was? Wie viele Äpfel hast du geschnitten? Hm. Wie heißt der? Hm. Wie viele Äpfel hast du? Noch ein, noch ein Apfel. Hm. Wie das heißt? Apfel. Er macht nur so. Super. Ich lass euch das zumachen. Hä, aber das ist doch Plastik, Digga. Darf das überhaupt da rein? Bro, das darf doch nicht da rein. Ach, das kann man schon. Kann man das abmachen? Was denn? Macht das ab, das? Darf? Sicher? Ja, ja, ja. Wie lange? Ja, jetzt ist es zu heiß. Was denn? Ganz sicher nicht. Ja, komm, wir schauen mal, wie es wird. Was wird? Ist drin? Cool. Dann machen wir mal. Wollen machen wir rum? Habt ihr gekillt? Warte, komm. 50 Minuten. 50? Ja. Nee. Dann warten wir einfach so lange hier. Nein, ne, ne, gar nix. Guck mal. Echt krass zum Schlafen. Oh ja. Ja? Damit wär's doch beim Sonat vorbei. Dann noch die Kopfhörer aus. Okay, Leute. Der Kuchen ist fertig. Uiuiui. Oh mein Gott, ist das heiß. Ich verbrenne mir hier gerade alles. Was ist das da? Frisch fertig. Stopp. Boah, ich glaube, der schmeckt richtig gut. Schmeckt ganz gut eigentlich. Bisschen wenig Apfel. Siehst 3-5, die hab ich eigentlich gemacht. Nein, wirklich nicht. Siehst 3-5. 3-5 Äpfel. Ich hab doch... Ich war schwer, das Ganze zu lesen. Mit Kopfhörer. Aber wollen wir das mal rapen? Also so mal so... Ey, for real? Und dann haben wir das ja... Also selbst wenn wir das einfach so gemacht hätten, ohne jetzt diese Hindernisse, würde ich sagen 9. Ja, ich finde, das ist ein stabiles Sieben. Von allen Apfelkuchen, die man so gegessen hat? Ich kann schon sagen, es ist der Schlechteste. Da ist ein halber Apfel drin. In einem Apfelkuchen gehören 5 Apfel rein. Ich hab den anderen... Das ist einfach nur... Nein, das ist einfach nur Mehl mit Backpulver. Ich hab... Als ich angefangen habe, die Apfel zu schneiden, hatte ich voll Bock und hab den anderen einfach aufgegessen. Und das ist cool. Und das ist cool. Fünf ist real. Dann gehen wir mal zum anderen, ne? Cool. Like und abonniert, falls wir einen Bierenkuchen machen sollen. Oh, das wird ziehen. Das wird ziehen. Das wird ziehen. Das wird ziehen.